Guten Abend an alle. Ja, ich grüße euch aus Zimmer 7 aus Marburg. Ja, also heute Morgen ging es ja los. Wer hätte es gedacht mit Wecken? Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Auf jeden Fall ging der RONO ziemlich zeitig hoch. Wie besprochen, mit den Ärzten wird mein Tagesrhythmus ideal sein. Ja, dann habe ich was gefrühstückt, so wie es sich gehört. Dann gab es auch schon die Chemo. Ja, ich habe heute zwei Chemos gekriegt. Eine lief eine Stunde, die zweite lief zwei Stunden. Das heißt, zusammen habe ich drei Stunden Chemo heute bekommen. Ja, mir geht es soweit eigentlich gut. Ich merke eigentlich nichts, bis auf, dass mein Akku leer ist bald. Und ja, morgen das Gleiche, übermorgen glaube ich auch das Gleiche. Mir geht es eigentlich ganz gut. Also hier sehe ich ja mal so einen Hitmenker, weil ich kenne meine Kamera, die habe ich ja teuer gekauft. So sieht es aus, das ist der Zugang, der ZVK. Ja, darüber kriege ich Chemotherapie und dann noch die Stammzellen. Also das ist ganz easy, läuft einfach an. Ja, sonst, was gibt es sonst noch zu erzählen? Der heutige Tag war, wie man sich vorstellen kann in diesem Raum. Achtung, ich zeige euch mal meinen Raum. Warte, ich muss jetzt gucken, wie das mit der Kamera ist. Da ist mein Bad. Da ist die Tür, die ich nicht verlassen darf. Da ist mein Fernseher. Da ist mein Ausblick. Da ist ein Gerüst. Haben die heute aufgebaut. Wollen mich anscheinend hier beobachten oder so, ey. Ich schwöre. Ja gut, sonst gibt es nicht viel zu erzählen. Es geht weiter. Mir ging es heute optimal nach der Chemo. So, als wäre nichts gewesen. Die Haare sind auch noch dran. Ich fahre 25 Minuten auf dem Fahrrad. Hat echt Spaß gemacht, hier durch die Gegend zu fahren. Ja, ich gehe jetzt essen. Das Essen kam vor 5 Minuten. Ich habe heute, glaube ich, Spaghetti Bolognese. Und ja, ich lasse mich schmecken. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Ich werde mich morgen melden. Morgen Mittag werde ich mal wieder was schreiben. Morgen Abend setze ich mich dann hier wieder vor die Kähne. Also gut. Bis morgen. Haut's rein. Ciao.